Hallo zusammen, das sind meine Basilikum Brot mit Rostel Schwiebeln. Die sind schon fertig. Heute Mittag habe ich gemacht und die sind riesengroß. Jetzt muss ich probieren, dass ich in der Mitte schneide. Wie man sieht, ist es luftig. Die sind wirklich sehr sehr gut aus. Ich habe heute viel zu viel zu backen. Guck mal, guck mal wieder aus. Dann schneide ich noch hier. Ich habe noch nicht probieren und ich habe das erste mal hier heute gemacht. Und ich besuche mal diese mit Brot, Basilikum und Rostel Schwiebeln. Rostel Schwiebeln, geräuscherte Schwiebeln. Wenn es schmeckt, dann gebe ich die Rezepte. Wenn es schmeckt, dann gebe ich es nicht. Aber erst mal probieren. Ich weiß es besonders. Heute muss ich meinen Kameramann mal beben. Richtig Wurz. Besser mit Käse. Aber diese Basilikum kann man sehen. Guck mal, diese Schwiebeln, die geräuscherte Schwiebeln, Basilikum. Und es ist richtig, vor Samen ist es richtig, richtig so eine Erfrischung, zum Abendessen und so. Also nicht einfach nur normale Brot, aber etwas Besonderes. Naja, meine Liebe, ich wünsche euch schönen Abend noch und bis später. Tschö. Bis zum nächsten Mal.